Hannover. Mit kräftigem Regen hat sich das Sturmtief Xavier im Norden angekündigt. Der deutsche Wetterdienst warnt für Donnerstag vor orkanartigen Böen im kompletten Landesgebiet von Niedersachsen und in Bremen. Gefährdet sei die Region voraussichtlich bis 16 Uhr, teilte der DWD in Offenbach mit, und gab eine Unwetterwarnung für das Gebiet heraus. Es bestehe die Gefahr von orkanartigen Böen der Stufe 3, von 4. Die Experten warnten dabei vor entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Gegenständen und Schäden an Gebäuden. Menschen sollten sich möglichst nicht im Freien aufhalten, und alle Türen und Fenster schließen. Polizei und Feuerwehr zufolge gab es am Morgen aber noch keine wetterbedingten Einsätze. Die Einsatzkräfte seien aber auf das Tief vorbereitet. Autofahrer müssen sich auf Aquaplaning einstellen. Bereits am frühen Morgen wurden auf dem Brocken Windgeschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometern gemessen.